Das ist doch eine schöne Zahl, um endlich mal die lang ausstehende Folge zu einem noch offenen Zweiteiler zu liefern. Es ist sozusagen jetzt die Fortsetzung der Übergang vom betriebssystemlichen Unterbau zum User Frontend, zum Graphical User Interface, kurz GUI. In Folge 33 hieß es AmigaOS vs MS-DOS und jetzt lassen wir mal die Workbench gegen Windows antreten. Und ja, möglicherweise ist genau dies der Grund, warum ich so lange mit dieser Folge gezaudert habe. Es ist ja kein Geheimnis, dass am Ende nur die Fensterbauer aus Redmond überlebt haben. Aber am Anfang aller Tage, also 1985, da sah die bunte Fensterwelt noch ganz anders aus. Viel Spaß! Die Ehre in Sachen grafische Benutzeroberfläche müsste eigentlich an Xerox PARC gehen, denn die waren es, welche die erste funktionsfähige grafische Benutzeroberfläche entwickelt hatten. Aber mit der Ehre ist es wie so oft nicht weit her, denn den wirklich großen Publikumszuspruch, den sicherte sich 1984 Apple mit seinem Macintosh. Die Grundidee einer GUI ist jedoch – damals wie heute – immer noch dieselbe. Sie soll dem Anwender die Interaktion mit dem Computer so einfach und intuitiv wie möglich gestalten. Zuvor musste man sich Kommandos merken und auch stellenweise komplizierte Syntax, welche keinen Fehler verziehen. Die Eingabe erfolgte fast ausnahmslos über die Tastatur. Mit einer GUI bleibt das zugrunde liegende Betriebssystem zwar nach wie vor erhalten, jedoch wird es quasi maskiert und ist für den Anwender nicht mehr sichtbar. Vielmehr findet man sich nun in einer vertraut wirkenden Welt wieder, die mit bekannten Begriffen wie etwa Schreibtisch, Ordner, Ablage und Papierkorb daherkommt. Das klassische Eingabemittel wurde in diesen Tagen die Maus. Oder, wie es bei der Amiga Deutschland Premiere gesagt wurde, das Rollkugelzeige-Gerät. Lange Zeit blieb das so und erst mit der breiten Akzeptanz der Smartphones und Tablet-Computer kam die berührungsempfindliche Oberfläche als Konkurrenz zur Maus hinzu. Wir setzen uns nun die Brille des einfachen Anwenders auf, welcher sich Mitte der 1980er Jahre hat einen Computer aufschwatzen lassen. Dem einen wurde ein Amiga empfohlen und dem anderen ein IBM PC oder ein kompatibler. Tun wir mal so, als hätten wir keine Ahnung von Computern, wie es damals eben durchaus in der breiten Masse der Fall war. Uns interessiert nun also nicht, welchen technischen Unterbau unsere Systeme haben, welche Vorzüge und Nachteile Hardware und Betriebssystem haben, sondern uns interessiert nur, wie gut oder wie schlecht wir mit diesem unbekannten Wesen namens Computer umgehen können. Microsofts Betriebssystem MS-DOS hatte sich im Jahr 1985 bereits zum dominierenden OS für den IBM PC gemausert. Sicher, es gab nach wie vor Alternativen dazu, aber das Ding war nicht mehr aufzuhalten. Bereits 1983 gab es bei Microsoft Pläne für eine grafische Benutzeroberfläche, jedoch sollte es erst 1985 soweit sein, dass tatsächlich ein lieferfähiges Produkt verfügbar war. Dies ist nun also Windows 1.0. Das erste Produkt von Microsoft, welches den Namen Windows trägt und damit den weltweiten Siegeszug, der bis heute anhält, begründet hat. Wenn man sich dieses Ding allerdings mal so ansieht, dann grenzt es eher an ein Wunder, dass Microsoft damit so erfolgreich geworden ist. Denn die Resonanz der Computeranwender war verhalten. Dies lag unter anderem auch daran, dass man für die Bedienung von Windows erst mal teure Hardware, wie etwa eine Maus anschaffen musste. Ja, also eine Maus war damals kein Artikel, den man im Kassenbereich beim Media Markt mal eben so einfach mitgenommen hat. Nicht mal zwei Megabyte groß, konzipiert für den Betrieb in einem 8088er PC-System mit einer Mindestausstattung von 256 KB Arbeitsspeicher, was dem Auslieferungszustand des IBM 5150 entspricht. Dieses Windows muss nicht auf Festplatte installiert werden, sondern ist direkt von seinen 5,360 KB 5,25 Zoll Disketten lauffähig. Man bedenke die damalige Zeit, Festplatten waren unerhört teuer. Als volle Funktionalität sollte es jedoch MS-DOS 3.2 oder besser sein. Windows 1 ist schon ein komplettes Grafiksystem, welches Herkules, CGA in schwarz-weiß und EGA unterstützt. Eine Festplatte ist zwar nicht nötig, aber man kann es auf eine installieren. Macht halt deutlich mehr Spaß dann. Schauen wir mal, was Windows 1 uns unbedarften Anwendern schon so bietet. Die Oberfläche ist krass bunt. Lila, Gelb, Weiß und ein ekliges Grün. Naja gut, wem es gefällt. Was haben wir hier nun also? Den MS-DOS Executive. Quasi eine Vorform des Dateimanagers und Stammvater des heutigen Windows Explorer. In die Bedienung findet man sich sofort rein. Point and Click eben und um eine Datei auszuführen Point and Double Click. Standardmäßig werden hier alle im aktuellen Verzeichnis vorhandenen Dateien angezeigt. Dies kann man aber im Menü View ändern, wenn man beispielsweise nur ausführbare Dateien angezeigt haben möchte. Man kann diesen Filter auch selbst definieren. Wenn man zuvor MS-DOS Anwender war, so kann man hier die gewohnte Syntax verwenden. Komplett kann man also nicht auf die Tastatur verzichten. Für den Verzeichniswechsel beispielsweise muss man auch wieder in die Tasten greifen. Unter View haben wir noch die Möglichkeit, weitere Details des aktuell angezeigten Verzeichnisinhaltes einblenden zu lassen. Und hier befinden sich die Optionen zum Sortieren der dargestellten Objekte. Die im System gefundenen Laufwerke werden mit Laufwerksbuchstaben hier dargestellt. Unter File und Special finden sich Verwaltungsfunktionen wie Kopieren, Umbenennen, Löschen, Ordner erstellen, Laufwerkslabel umbenennen, Systemdiskette erstellen und so weiter. Werfen wir einen Blick auf die mitgelieferten Programme. Calc. Ja, das ist ein Taschenrechner. Niedliches Tool, aber sowas von sinnvoll. Hat sich bis ins heutige Windows 10 erhalten. Äh, ja, Vollbild. Ich hätte jetzt gerne das nächste Programm gestartet, ohne den Taschenrechner zu beenden. Aber das ist unter Windows 1 zwar möglich, jedoch noch nicht mit den gewohnten sich überlappenden Fenstern, denn diese gibt es hier noch nicht. Wir können den Taschenrechner ikonifizieren. Dann landet er hier und nun mit MS-Executive das nächste Programm starten. Als da wäre Write. Ein einfaches, aber durchaus fähiges Textverarbeitungsprogramm mit sagenhaften drei Schriftarten ab Werk. Die notwendigsten Funktionen finden sich hier schon. Textformatierung, Ausrichtung auf der Seite, Zeilenumbruch finden und ersetzen. Es gibt sogar im Hintergrund einen Spooler, welcher das Drucken von Dokumenten im Hintergrund ermöglicht. Was durchaus bemerkenswert ist, denn von einem echten Multitasking-System kann hier noch keine Rede sein. Es ist also ein großer Vorteil, wenn man drucken und gleichzeitig noch weiterarbeiten kann. Denn man bedenke, damals wurde wirklich noch jeder Scheiß ausgedruckt. Na gut, ob wir heute besser sind, wage ich erstmal nicht zu beurteilen. Mit dem Programm Calendar steht dem Anwender ein praktischer Kalender zur Verfügung. Weiterhin gibt es Cardfile, ein einfaches Adressbuch für die persönlichen Kontaktdaten. Und natürlich das ultimative Kaufargument. Reversy. Es mag seltsam klingen, aber das kleine Spielchen am Computer für zwischendurch war schon wirklich keine dumme Idee. Mit Paint haben wir hier auch das erste Windows-Malprogramm. Einfach, aber vorhanden. Und was auch schon möglich ist, Copy & Paste. Kopieren und einfügen. Dank des vorhandenen Clippers, also der Zwischenablage. Wir können also beispielsweise eine Grafik unter Paint erstellen, diese markieren und kopieren und dann beispielsweise in Write einfügen. Ein einfaches Terminalprogramm ist ebenfalls bei Windows 1 schon mit dabei. Mit dem Tool Control landen wir praktisch in der Systemsteuerung, mit deren Hilfe wir uns die Windows-Umgebung nach unseren Vorstellungen einrichten können. Und wenn alle Stricke reißen, so haben wir da noch den Menübefehl Run, über welchen wir MS-DOS-Befehle direkt ausführen können. Alles in allem macht Windows 1 zwar nicht viel her, aber es kommt immerhin schon mit einer sauberen Grundausstattung an Tools, welche dem Anwender zusätzliche Investitionen, also zumindest am Anfang, ersparen. Windows hatte damals übrigens noch keinerlei Vormachtstellung. Es gab noch viele andere Ansätze, dem PC eine GUI zu verpassen. Windows von Microsoft war nur eine davon. Die Version 1 wurde von 1985 bis 1987 entwickelt und vertrieben. 1986 erschien die erste deutsche Version von Windows und kostete etwa 350 DM. Ebenfalls 1985 erschien der Commodore Amiga und mit ihm die erste öffentlich publizierte Workbench Version 1.0. Um Systemvoraussetzungen müssen wir uns keine Gedanken machen. Es gab damals nur einen Amiga, den Tausender und für den wurde die Workbench entwickelt. Die Maus war damals keine Sonderanschaffung beim Amiga, denn die gab's beim zugegeben teuren Grundgerät immer gleich mit dazu. Das gesamte Amiga-Konzept beruht auf der grafischen Benutzerführung. Auch die Workbench 1 startet von Diskette. Eine Festplatte ist nicht notwendig. In Summe gab es drei 880 KB fassende Disketten. Das Kickstart, welches beim Amiga 1000 noch nicht, wie bei allen anderen folgenden Amigas im ROM liegt, sondern erst von Diskette geladen werden muss. Die Workbench-Diskette an sich und die Diskette mit A-Basic, einem simplen Basic-Programmierprogramm von Mita Comco, welches schwer an die 8-bittigen Homecomputer wie etwa den C64 erinnert. Was gibt's für uns oder Normalanwender hier nun zu sehen? Erstmal haben wir da die Workbench an sich. Auf dieser Oberfläche werden die verfügbaren Laufwerke des Systems angezeigt und zwar als Piktogramm. Öffnen wir die Workbench-Diskette, so sehen wir in einem Fenster den Inhalt, ebenfalls in Piktogramm-Darstellung. Die dargestellten Objekte entsprechen der tatsächlichen Datenstruktur auf dem jeweiligen Laufwerk. Es soll heißen, dass eine Schublade ein tatsächlich vorhandenes Verzeichnis repräsentiert und keine virtuelle Programmgruppe, deren Inhalt man über einen Shell-Zugriff nicht finden würde. Allerdings werden uns nur die Objekte als Piktogramm angezeigt, welche auch eine Piktogramm-Datei besitzen. Wir sehen also nicht alles, sondern nur das, womit wir als Anwender auch etwas anfangen können. Die Fenster der Workbench können sich überlappen, in den Vorder- und Hintergrund gebracht und in der Größe variiert werden. Die Piktogramme kann man mittels Drag & Drop beliebig verschieben und sogar auf der Workbench selbst auslagern. Das ist praktisch für die Tools, die man öfters mal braucht. Nach einem Neustart ist allerdings alles wieder dort, wo es zuvor war. Halten wir die rechte Maustaste gedrückt, so bekommen wir oben in der Titelleiste der Workbench drei Menüs angezeigt. Hierüber lassen sich Standardfunktionen ausführen, wie öffnen, schließen, duplizieren, umbenennen, Informationen anzeigen und löschen. Stets bezogen auf das gerade markierte, also einmal angeklickte Piktogramm. Unter dem Menü Disc können wir den Papierkorb ausleeren und das Laufwerk initialisieren, also sprich formatieren. Unter Special können wir die Piktogramme in einem Fenster ordentlich anordnen, die letzte Fehlermeldung erneut anzeigen lassen, das aktive Fenster aktualisieren oder mit einem Schnappschuss die Position eines markierten Piktogramms festsetzen und speichern, damit es nach einem Neustart immer noch dort ist. Zu den mitgelieferten Programmen. Es gibt, ganz simpel, eine Uhr. Dann haben wir hier einen Ordner mit drei Demo-Programmen, mit denen man wunderbar die Multitasking-Fähigkeit des Amiga-Systems zur Schau stellen kann. Unter Utilities finden wir das Notepad, welches immerhin sieben Schriftarten hat, allerdings unterm Strich wirklich nur ein Notizblock ist und keine ernsthafte Textverarbeitung. Unter System finden wir den Zugriff auf das Command Line Interface, kurz CLI, womit wir uns auf die Ebene begeben können, die man vom PC her als DOS-Ebene kennt. Hier läuft nun alles über die Kommandozeilen. Und last but not least die Preferences, mit deren Hilfe wir die Workbench so herrichten können, wie wir sie brauchen. Die vier Farben der Workbench lassen sich stufenlos verändern, die Maus- und Doppelklickgeschwindigkeit sowie die Zeichenwiederholrate der Tastatur sind einstellbar, Bordrate der seriellen Schnittstelle, Datum und Uhrzeit und ob auf dem Bildschirm 60 oder 80 Zeichen pro Zeile dargestellt werden sollen. Mit Change Printer landen wir in den Einstellungen für unseren Drucker, insofern wir denn überhaupt einen haben. Und bevor wir hier wieder rausgehen, wieder die Anekdote zu diesen tollen Farben, Blau, Weiß, Schwarz und Bernstein. 1985 war es normal, Homecomputer an den Fernseher anzuschließen. Die Amiga Entwickler hatten sich damals mit voller Absicht das qualitativ schlechteste Fernsehgerät besorgt und festgestellt, dass sich selbst auf dieser Möhre die Farben Blau, Weiß, Schwarz und Bernstein noch ausreichend kontrastreich darstellen lassen konnten. Stellen wir nun also Windows 1.0 und Workbench 1.0, welche beide im Übrigen recht absturzfreudig sind. Nebeneinander so kommt die Workbench ziemlich gut weg, was die intuitive Bedienung angeht, sowie das gesamte Look & Feel. Windows 1 wirkt unfertig. Man muss noch sehr viel in die Tasten greifen und es ist alles etwas textlastig. Allerdings, und das muss man schon zugeben, bringt Windows 1 bereits ein gutes Paket an Anwender-Software mit, welches der Workbench schlichtweg fehlt. 1986 kam die Workbench 1.1, welche in der Hauptsache viele Bugfixes enthielt. Ab jetzt etablierte sich auch die sogenannte Extras-Diskette, welche vornehmlich das modernere Amiga Basic nebst einem Ordner mit Basic Demos enthält. Dieses Basic ist, dem Einvernehmen nach, das einzige Programm, welches jemals von Microsoft für den Amiga entwickelt worden ist. Separate Listing und Programmfenster erleichtern die Bedienung ungemein. Daneben gibt es nun noch den Amiga Tutor, der uns auf einfache Art und Weise in die Bedienung und Einrichtung des Amigas einführt und auch gleich mal ordentlich auf den Putz haut, was die grafische Leistungsfähigkeit des Systems angeht. Bei der Workbench selbst kamen noch hinzu ein Taschenrechner, genannt Calculator, sowie IconAdd, ein grafischer Editor für Piktogramme. Man konnte hier also bereits selbstgestalterisch tätig werden und seine eigenen Piktogramme entwerfen. Na, Donnerwetter, da geht schon was! 1987 kam dann Windows 2.0. Und was hat sich für uns Anwender Großartiges geändert? Nicht viel. In der Hauptsache unterstützt Windows jetzt VGA, was das Ganze deutlich hübscher macht und endlich auch überlappende Fenster. Mit dem PIV Editor kam ein Hilfsprogramm hinzu, mit dem man Umgebungsvariablen für MS-DOS-Programme festlegen kann. Und sonst? Naja, Detailverbesserungen wie Tastatur-Shortcuts, aber sonst nix wirklich Wildes. Das gleiche Jahr, also 1987, war das Erscheinungsjahr des Amiga 2000 und des 500es. und der damit weit verbreiteten Workbench 1.2. Man erkennt sie sofort an den neu gestalteten Titelleisten. Zuvor waren es vier dünne Striche und jetzt haben wir da zwei massive Balken. Für die verschiedenen Amigas gibt es jeweils angepasste Workbenches und Extras. So startet die Workbench 1.2 für den Amiga 1000 beispielsweise im 60-Zeichen-Modus, während die Workbench 1.2 für den Amiga 2000 gleich die Bridgeboard-Software mitliefert. Ab jetzt ist Multi-Select der Piktogramme per gedrückter Shift-Taste möglich und ab sofort kann der Amiga auch sprechen. Willkommen bei Workbench 1.2 Die Preferences wurden entrümpelt. Wir können jetzt in den Interlaced-Grafik-Modus umschalten, um mehr Platz auf dem Bildschirm zu bekommen und die serielle Schnittstelle kann detaillierter konfiguriert werden. Auf der Extras-Diskette sind neue Demos hinzugekommen und außerdem gibt es nun auch ein Terminal-Programm, den Editor Micro Emacs sowie den Schriftsatz-Editor FET, mit dem man eigene Schriftarten entwerfen kann. Die Workbench-Ausführungen für den Amiga 2500 haben nun erstmals auch ein Piktogramm für den direkten Zugriff auf die RAM-Disk. Die Workbench 1.2 ist, dank des Amiga 500, wohl eine der weit verbreitetsten Versionen. Bis 1989 wurde Windows 2 weiterentwickelt. 1988 erschien die Version 2.1 für den 2.86er und 3.86er Prozessor. Beide Versionen müssen erstmals auf Festplatte installiert werden. Die 2.86er Version unterstützt erstmals den hohen Speicherbereich. Mit der 3.86er Variante kam der Protected Mode für den 3.86er Prozessor mit dazu, was in Sachen Multitasking einen guten Schritt vorwärts darstellt. Aber sonst gibt es für uns unbedarfte Anwender nix Neues. Von 1988 bis 1990 wurde die Workbench 1.3 entwickelt. Die Detailverbesserungen sind der weiterentwickelten Hardware des Amiga geschuldet. Funktionen wie FastMemFirst, NoFastMem und MerchMem helfen zwar beim Beherrschen der verschiedenen Arbeitsspeichetypen des Amiga, aber produktiv bringen sie uns nix. Der neue Ordner Prefs beinhaltet die bekannten Einstellmöglichkeiten und den Mauspfeileditor Pointer. Auf der Extrastiskette ist der Performance Monitor hinzugekommen. Ein einfaches Tool zur Darstellung der Prozessor und Arbeitsspeicherlast. Von 1990 bis 1991 Windows 3.0 Zuvor hatten IBM und Microsoft gemeinsame Sache gemacht, doch damit war zu diesem Zeitpunkt Schluss. Windows 3.0 wurde praktisch geheim von Microsoft entwickelt, da sich der Knatsch mit IBM bereits abzeichnete. Windows 3.0 ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den vorherigen Versionen. Endlich werden uns Icons geboten, welche auch noch recht gut aussehen. Der neue File Manager nervt zwar mit immer neuen Fenstern, ist aber immerhin vorhanden. Neu im Spiel ist der Macro Recorder, das massiv verbesserte Malprogramm Paintbrush, welches nun endlich mit Farben umgehen kann und ab sofort auch intuitives Drag & Drop ist möglich. Mit dem Control Panel stehen uns nun viel mehr Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Wir können den Desktop unseren Wünschen entsprechend anpassen, wobei es hier aber noch ein paar Schrullen gibt. Wir können beispielsweise ein Hintergrundbild oder Hintergrundmuster festlegen. Jedoch sehen wir es nur, wenn wir das Hauptfenster minimieren. Ganz wichtiges Detail, bei den Spielen taucht nun erstmals solitär auf. Um eine Detailverbesserung noch zu nennen, erstmals haben wir die Möglichkeit, den Taschenrechner auf wissenschaftlichen Betrieb umzustellen. Alles in allem macht das Ganze schon einen sehr durchdachten Eindruck. Und für mich persönlich stellt Windows 3.0 den Punkt dar, an dem Windows anfing, der Workbench den Rang abzulaufen. Workbench 2 1990 Mittlerweile sind Computermonitore erschwinglich geworden. Demnach gibt es auch keinen Grund mehr für die krassen Farben der End80er. Die Workbench 2 kommt in bescheidenem Grau daher und bringt einen ganzen Schwung neuer Features mit sich. Erstmalig kann man sich in den Fenstern alle Dateien des Verzeichnisses anzeigen lassen. Nicht mehr nur diejenigen, welche auch eine Piktogramm-Datei haben. Nach wie vor ist die Amiga Workbench mehr technikorientiert und bringt auch in Version 2 keine Grundausstattung an Anwendersoftware mit sich. Der Umfang hat sich nun auf vier Disketten erweitert. Man kann zwar noch nach wie vor die Workbench nur von Diskette starten, jedoch empfiehlt sich die Festplatteninstallation, zu welcher die neuen Tools HD-Backup und HD-Toolbox bestens passen. Ebenfalls neu ist das Systeminformationstool ShowConfig und die sogenannten Commodities, also Hilfsprogramme, mit denen man sich die Arbeit erleichtern kann. Neu auch der Ordner Workbench Startup, quasi der Autostart-Ordner für die Workbench. Einige Routinen wurden jedoch nahezu 1 zu 1 aus den älteren Versionen übernommen, etwa das Formatieren von Laufwerken. Ab jetzt ist es möglich, Piktogramme dauerhaft direkt auf der Workbench abzulegen und die Workbench als solche kann nun selbst auch als Fenster gehandhabt werden. Die stark erweiterten Prefs tragen der weiterentwickelten Amiga-Hardware-Rechnung und lassen nun beispielsweise das einfache Umschalten des Screen-Modes zu, also Auflösung und Farbtiefe. 1992 verabschiedet sich Windows mit der Version 3.1 final von der Kompatibilität zum 8088er Prozessor. Es ist nun mindestens ein 286er notwendig. Mit den TrueType-Schriftarten sieht Windows nun schon sehr gut aus. Für uns Anwender sind neu hinzugekommen, der Media Player, der Sound Recorder, der Dateimanager mit Baumstruktur und endlich, endlich Minesweeper. Dafür musste jedoch Reverse gehen. Tschüss! Ebenfalls 1992 kam die Workbench 3.0, welche die neuen AGA-Amigas unterstützt, aber nach wie vor auf den alten OCS- und ECS-Systemen lauffähig ist, insofern das dazu passende Kickstart vorhanden ist. Hintergrundbilder sind nun möglich auf dem Screen, der Workbench und in den Fenstern. Optisch gibt es nur wenige Unterschiede zur Version 2, wenn man von der Titelleiste mal absieht. Ja, es macht keinen Spaß zu sagen, aber es fühlt sich alles ein wenig nach Stagnation bei der Workbench an. Neu? Die Einbindung von Data-Types für das gesamte System, wovon das neue Tool Multi-View profitiert, welches dann alle Arten von Dateien wiedergeben kann. Text, Bild und Sound. Auch ist es damit möglich, jeden Bildtyp als Hintergrundbild zu nutzen. Mit den DOS Drivers PC0, PC1 kann für MS-DOS-formatierte Disketten Kompatibilität hergestellt werden. Es gibt noch neue Screen-Modes, welche der AGA-Cypsatz darstellen kann, aber leider auch hier keine neuen Anwendungsprogramme. Windows for Workgroups kam 1993 heraus und packte nochmals eine äußerst wichtige Funktionalität mit dazu. Netzwerken war jetzt von Haus aus möglich. Dafür wurde nun auch die Kompatibilität zum 2,86er geopfert. Es musste jetzt schon mindestens ein 3,86er sein. Für uns Anwender gibt es nun ein Mail-Programm, den Organizer Schedule Plus und für die Fernwartung Remote Access. Neu ist nun auch hier der Autostart-Ordner und ganz wichtig, Hearts in unserer kleinen Spielesammlung. Die letzte Commodore Workbench Version 3.1 erschien 1994 mit keinen sichtbaren Verbesserungen. Neue Datatypes, vor allem Anim für Animationen, neue DOS Drivers für CD-ROM-Betrieb, ein paar Bugfixes, eine neue Version des Fast-File-Systems und die Betriebsvoraussetzungen für RTG-Grafikkarten. Viel mehr war nicht mehr drin. Die später erschienenen Versionen 3.5 und 3.9, beide nicht mehr von Commodore, setzten die Version 3.1 für eine Installation voraus. 1994 ging Commodore platt und 1995 startete Microsoft seinen nicht mehr aufzuhaltenden Siegeszug mit Windows 95, einer zugegebenermaßen guten Benutzeroberfläche, vor allem die Taskleiste und das Startmenü waren echte Volltreffer, auch wenn das System nicht unbedingt stabil lief. Bleibt abschließend nur noch zu sagen, dass die Amiga Workbench vor allem in den 80er Jahren sehr gut gekämpft hat und Windows lange Zeit Paroli bieten konnte. Leider gehört final aber auch die Erkenntnis dazu, dass dem gesamten System gegen Ende die Fälle davon geschwommen sind, denn Microsoft bot ja nicht nur Windows an, sondern auch Office-Pakete wie das günstige Works oder das große Office-Paket mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanksoftware und vielem mehr. Tja, es ist, wie es ist. Na, mein lieber Herr Gesangsverein, so lange sollte diese Folge eigentlich gar nicht werden. Aber okay, das Thema war es wert, denke ich mal. Und genauso wie das ein Denk-Ich-Mal ist, so ist das natürlich auch mit der gesamten Folge. Das ist alles meine höchstpersönlich subjektive Meinung. Solltet ihr dazu anderer oder auch gleicher Meinung sein, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren unter diesem Video oder wenn ihr auf eine längere Diskussion aus seid, ebenfalls sehr gerne könnt ihr mich dann ganz oldschool-like via E-Mail anschreiben. Und ja, final gebe ich es halt eben jetzt doch zu. Windows finde ich gar nicht mal so schlimm. Und es trifft wohl zu, wenn man zu den Windows-Mädels und Jungs sagt, wie wenn sie losgelassen, denn kaum waren sie bei IBM raus, kam Windows 3.0 und das konnte sich absolut sehen lassen. Eins derweilen dann, ihr Leute. Ich wünsche euch was. Adele, ciao und bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Mick. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020